hallo und herzlich willkommen auf dem kanal corpus laborat heute beschäftige ich mich mit den schwarzen streifen hier erkläre ich euch aber nachher und was habe ich in letzter zeit getan ihr habt gesehen letztes wochenende kam ein außer der reihe video mit einem riesigen dankeschön währenddessen war ich dann trotzdem fleißig und habe aber einige sachen gemacht die euch dann weniger interessieren dürften und zwar habe ich den radkasten angemalt nur das ist ziemlich schlecht zu filmen obendrein dürfte es euch wohl kaum interessieren wie ich einen pinsel quäle den erfolg habe ich allerdings noch hier auf dem arm also man sieht die flecken das ist nämlich sehr unhandig gewesen daran zu kommen ich hätte natürlich das rad ab montieren können dazu war ich allerdings zu faul obendrein bin ich dann hingegangen und habe die türrahmen gestrichen so weit wie ich dran kam mit meinem großen pinsel an der fahrer tür an der beifahrer tür und an der schiebetür womit die lichtspalte jetzt in diesen tür anschlägen nicht mehr sichtbar sind gut es ist noch einiges zu tun an kleineren korrekturen aber dazu brauchen kleinen pinsel jetzt kümmern wir uns in diesem video wie gesagt um den schwarzen streifen und zwar wird er sein werk beginnen dort oben hier an der kante herunter laufen und dann bis hinten hier auf diesem niveau enden dann allerdings werde ich mir ein wenig pause machen müssen weil die farbe muss dann erst aushärten bevor ich wieder neu abkleben kann und zwar kommt hier oberhalb dann ein zweiter streifen in diesem leder braun was dem ganzen die optik geben soll dass hier eine bauliche trennung ist zwischen einem kastenwagen und einem planen gestell ich hoffe das funktioniert mal so wie ich mir das vorstelle also abkleben auf geht's ist so es k 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und dann holen wir uns mal ein bisschen Farbe und dann wird es gestrichen. Nach oben brauche ich jetzt nicht abkleben, weil da kommt ja jeder braune Streifen drauf. Musik Eine Seite fertig, jetzt machen wir die andere Seite. Aber wisst ihr, wie geht, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Die Seite haben wir jetzt auch soweit fertig. Kann ich ja die Streifen wieder abmachen. Ich habe übrigens in der Zeit noch was getan, das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich meine provisorische Küche prompt wieder eingebaut. Weil es geht noch nicht weiter. Aber benutzen möchte ich doch irgendwas. Obendrein hätte es im Regen gestanden. Aber währenddessen ich das mit eingebaut habe, habe ich auch noch was gemacht. Und zwar habe ich die Kabelverbindung, die ich da unten gezogen habe, teilweise schon angeschlossen, andere abgeklemmt. Einiges muss ich dann heute noch machen, aber vorrangig erstmal. Habe ich diesen Inverter auf 230 Volt jetzt mal nach hier hinten verlegt. Der war ja vorne. Und wenn ich jetzt den Kühlschrank einstecke. und das Gerät einschalte. Dann läuft mein Kühlschrank mit 230 Volt anstatt mit 12 Volt. Was dann zur Folge hat, dass er ein wenig besser kühlt. Habe ich das Gefühl, weil ich habe ihn oben auf der Terrasse angeschlossen, er kühlt wesentlich mehr runter, als wenn ich ihn hier auf 12 Volt betreibe. Mein persönliches Gefühl. Ich kann mich irren. So, also jetzt muss ich erstmal dieses Ding hier irgendwo fest verbauen. Und ich habe aus meiner Amazon Wunschliste erhalten den Sicherungskasten verbaut. Da hängt uns dann auch der Kühlschrank dran. Im Moment ist das Gerät hier unten versteckt, kommt aber später an die Wand dran, die ich noch nicht habe. Wo wir schon mal bei dem Thema sind. Ich habe hier ein zusätzliches Rückschlagventil eingebaut. Weil das kleine reichte nicht, um die Luft hinauszulassen, die das Wasser verdrängt. Also das kleine Ventil zum rausziehen reicht. Aber um die ausströmende Luft des Abwassers zu entlassen, reicht das kleine Ventil nicht. Ich habe jetzt hier ein größeres drin. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Aber wesentlich besser wie nur mit dem kleinen. Wollte ich euch nur mal gesagt haben. Weil manche YouTuber bauen halt ihre Wohnmobile und über die Fehler, die sie einbauen, hört man nie wieder was. Bei mir hört er das. So. Also weiter im Text. Jetzt muss ich noch die... Achso, oh ja. Der Wasseranschluss läuft jetzt auch schon über diesen Verteiler. Womit ich auch ohne Öffnung der Tür nach einer gewissen Zeit immer noch Wasser entnehmen kann. Also das funktioniert jetzt schon mal einwandfrei. Und jetzt mache ich noch die Küchenbeleuchtung daran fest an dem Verteiler. Weil der hängt im Moment an der ehemaligen Leitung der Rundumleuchter. Wenn ich da abklemme, kann ich vorne den Schalter wieder ausmachen und die Leitung für was anderes Sinnloses verwenden. Aber jetzt, wie gesagt, baue ich erstmal die Lampe in der Küche. Also die hier, so um, dass sie nicht mehr an der Rundumleuchte hängt. Die ja nicht mehr vorhanden ist, wisst ihr. Aber die Leitung habe ich dann wieder frei. Wie man Kabel abklemmt, wisst ihr. Also ich mache das jetzt zuerst mal und dann kümmere ich mich um die 230 Volt in Wachter-Befestigung. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe schon mal abgeklebt. Jetzt male ich den braunen Streifen. Und ich habe mich immer gefragt, für was diese komischen Dinger hier sind. Damit man das Klebeband auflegen kann. Nein. Und auf geht's. So, die Seite haben wir jetzt mal wieder fertig. Und jetzt machen wir mal die andere Seite. Also, bis gleich. Nach erfolgreicher Beendigung des Malvorgangs denke ich mal, dass im Moment die Farbgebung endgültig ist. Mal sehen, wie es nachher aussieht. Jetzt gibt es noch eins zu tun. Und zwar möchte ich ein Symbol aufbringen. Allerdings bereitet es mir im Moment etwas Schwierigkeiten, die dazu passende Farbe zu organisieren. Also, wenn ihr eine Idee habt. RAL 7000 0,5 Liter matt. Und nicht als Sprühdose. Das ist im Moment mein Problem. Aber ich schaffe das. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich da unten gemacht habe. Da hinten mit dem Inverter. Allerdings muss ich jetzt erstmal warten, bis die Farbe ein wenig angetrocknet. Dass ich die Klebestreifen weg machen kann. Bis gleich. Seid ihr auch schon mal unter Zuhilfenahme eines Teppichmessers ins Auto gestiegen? Jetzt geht's. Den Inverter habe ich jetzt da unten eingebaut. Das Problem war, es gibt keine Haltplatte mehr dafür. Also von unten sind vier 2,5 Millimeter Gewindebohrungen drin. Aber der ganze Adapter, der dazu gehört, den gibt's nicht mehr. Also jedenfalls nicht bei mir. So bin ich hingegangen und habe, aber endlich zeig's euch. So sieht die ganze Befestigung jetzt aus mit Lochband. Ich habe das auf eine Platte geschraubt, damit ich es später noch woanders hin schrauben kann und mir nicht nochmal einen Halter bauen muss. Also das Ding sitzt bombenfest. Ich komme an den Stecker dran, ich komme an den Schalter dran und ich komme an die USB-Ladebuchse dran. Und wenn ich jetzt das Gerät einschalte, leuche ich die grüne Lampe und der Kühlschrank tut sein Werk. Jetzt machen wir mal hier vorne weiter. Also an jeder Ecke ist hier eine Baustelle. Darum geht das auch langsam voran. Weil immer wenn mir was auffällt, muss ich das ändern. Und das in der kleinen Zeitspanne, die mir verbleibt. Also, was mich jetzt im Moment stört. Ihr seht, ich habe hier einen Lappen dazwischen gelegt. Weil während der Fahrt klappert das. Bin hier auf die Idee gekommen. Ich habe noch von einem alten Spanngurt, wo das Schloss kaputt war, mir so einen Haken abgeschnitten. Weil Haken kann man immer brauchen. Also hier war die Ratsche dran. Wo die Ratsche war kaputt. Jetzt bin ich hingegangen und habe hier ein Stück Kabelrohr drüber getan. Wohlgemerkt etwas länger, damit man das hier öffnen kann. Und das werde ich jetzt einfach hier oben befestigen. So ungefähr mal. Moment, ich mache es fest, dann sehe ich das besser. Also ungefähr so. Es kommt das da nirgendwo mehr dran. Da klappert es auch nicht. Und hängt ziemlich lose. Und ich kann es ohne Probleme aushängen. Und jetzt muss ich gegen dieses Klappern etwas tun. Und da das ja alles wie immer nichts kosten darf. Also nicht viel. Andere Leute investieren da tausende von Euros. Ich habe noch aus Altbeständen so einen Moosgummi. Den habe ich mal als Dichtungsmasse für ein Aquarium gebraucht, um einen Oberbau auf dem Aquarium dicht abzusetzen. Das hat funktioniert. Und das lege ich jetzt einfach mal hier unter den Rand. Also so einfach geht das wieder nicht. So. 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 Und wie ihr alle wisst, zeige ich euch auch die Feder, die ich immer einbaue. Und zwar erinnert euch, da hinten hatte ich den Wasserhahn so eingebaut, dass ich kaum an den Betätigungsmechanismus kam. So und jetzt ist der Moment gekommen, da ich ihn versetzen muss. Daher Prototyp der Küche. Ich zeige euch mal eben, woran es im Moment scheitert. Und zwar habe ich hier unten da jetzt die Elektronik verbaut. Und die ist mir ein wenig zu nah am Wasserzulauf. Somit kommt jetzt der Wasserhahn nach hier. Womit ich ihn auch mit der rechten Hand ordentlich bedienen kann. Also da irgendwie suche ich mir jetzt einen passenden Platz. Ich muss ein bisschen aufpassen, was da unten drunter ist. Währenddessen funktioniert natürlich der Wasserablauf jetzt auch meinen Wünschen entsprechend. Also das funktioniert jetzt auch. Jetzt muss nur noch der Wasserhand ein. So ist die Sache dann wesentlich bequemer zu handeln. Wieder hinten, wo man nicht drankommt. Also ich baue jetzt mal wieder alles zusammen und die Dichtung, die jetzt im Moment hier noch nicht drin liegt, werde ich mal mit Heißkleber fixieren. Nicht, dass die mir wegläuft. Und dann melde ich mich mal wieder mit dem Stand der Dinge. Also wenn ihr euch manchmal fragt, warum das alles so lange dauert, nicht wahr? Gut Ding will Weide haben. Und so wie ich die Sache kenne, ist keine Planung perfekt. Immer gibt es irgendwas zu ändern. Also baue ich mal wieder zusammen. Und dann schauen wir weiter. Ich bin ja guter Dinge. Anhand meines entspannten Gesichtsausdrucks. Leute, was ich die letzten zwei Stunden durchgemacht habe. Gut, also der Wasserhahn ist da. Und funktioniert. Zwischenzeitlich habe ich meine alte Tauchpumpe ausgebaut. Und hier nochmal recht herzlichen Dank an Sega 64 für die Zusendung einer neuen Tauchpumpe, die ich jetzt endlich verbaut habe. Weil die möchte nicht mehr so wirklich. Wenn man noch ein paar Mal klopft, dann funktioniert sie nochmal. Aber ansonsten hat sie ihren Dienst aufgegeben. Und wird jetzt ansatzlos entsorgt. Nicht, dass ich sie wieder in den Finger habe. Soweit. Dann zeige ich euch kurz, was ich da unten getrickst habe. Ich habe euch ja gesagt, das Wasser war mir zu nah an der Elektronik. Außerdem kann man den Gehäten wesentlich besser bedienen, wie da in der Ecke. Das war sehr unhandlich. So, dann zeige ich euch mal da unten die Konstruktion. Jetzt feinsäuberlich aufgeräumt. Hier mit dem Haken, den ich gesagt habe. Hier auf der Seite hängt die Elektronik jetzt. Sehe ich gerade, sollte ich noch den Deckel drauf machen. Jawohl. Das Abwasser funktioniert jetzt auch, wie ich es haben möchte. Zulauf durch die neue Pumpe läuft auch einwandfrei. Und jetzt fehlt noch eins zu tun. Deckel drauf und hier draußen die Streifen ab. Finale Akt für heute und für dieses Video. Ich entferne mal die Streifen, bin gespannt, wie es aussieht. Ich mache jetzt mal den Rest ab und ihr bekommt nachher von mir noch ein paar Bilder, wie es aus der Distanz aussieht, weil aus der Nähe wirkt es eben nicht so, wie es soll. Also Bilder kommen noch und jetzt wisst ihr, warum das manchmal bei mir etwas länger dauert. Alles ein wenig chaotisch. Ich muss meine Zeit und meine Finanzen so verplanen, wie ich es umsetzen kann. Also, ich wünsche euch schon mal eine wunderschöne Zeit. Winke, winke, sagt euer Kofus Laborat bis die Tage und tschüss. Und nicht vergessen, jetzt kommen noch ein paar Bilder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.